Das ist der Doktor, der verdammt, der Psychiater oder wie der heißt. Bin ich nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend, lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zur Komplizen des Förders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du bist ratende, grässliche Kreatur. Mörder, du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie. Mein Geist. Der infernalische Zug. Der Zug ist deine Erfindung. Deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug heute heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine Kleinen. Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Was du wünschst, soll geschehen. Okay. Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. What the fuck? Immer nur krank. Ernsthaft. Okay. Gut. Wir sind wieder im... Fast echten Leben. Ne? Sieht alles voll real aus. Und Kapitel 6, damit das letzte Kapitel, ohne irgendwas hier, okay, hat begonnen. Uiuiui. Da frage ich mich jetzt schon, was da kommen wird. Dann gucken wir uns noch ein wenig in der Gegend um. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Deswegen dachte ich mir, ich gehe mal da irgendwo lang. War, glaube ich, sogar der richtige Weg. Sie sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie, Unmensch. Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Was für ein Mongo. Ernsthaft. So geht's. Alice-Style. So geht's. Alter Also ich feier ja schon allgemein Das Setting und so Aber der Zug Der Zug der gibt einem immer noch Also der gibt mir jetzt immer noch Den Rest Den feier ich jetzt immer noch am meisten Und leider Muss ich euch sagen Bis zum nächsten Mal Tschüss Hallo und herzlich willkommen Zu einer neuen Folge Alice Madness Return zu wissen Endlich auf diesem geilen infernalischen Zug Gutmacher Ich muss den infernalischen Zug stoppen Und das Böse was ihn antreibt Ein wenig selbstfixiert Das Fraulein Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmente Erinnerungen Jetzt ist es der Zug Die Zeit für den Tee Während dein irren Urlaub macht Gehen wir runter Nun dürfen Verrückte Wie wir endlich in einer Tee kann in die Hölle fahren Man darf aber nicht vergessen Was die eigenen Sinne gesehen haben Vergessen ist einfach vergessen Es sei denn das ist es nicht Dann reicht es an Ich würde gern vergessen Was du getan hast Ich hab's versucht Sie haben mich benutzt und missbraucht Aber zerstören können sie mich nicht Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet Du kannst nicht mal erkennen was geschehen ist Und du bist machtlos Du kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen Dafür habe ich gesorgt Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß ich trage eine gewisse Schuld Aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen Du hast recht Die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden den sie anrichten Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht Zahlt eine Strafe Dein Schmerz mildert dein Vergehen nicht früher eingegriffen zu haben Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt Für den Schmerz der anderen Und... Ja, mein Satz hat sich mitten im Satz abgebrochen Mein Satz hat sich mitten im Satz... Ja, egal Ähm... Ich wusste nicht, was ich sagen soll Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht Die Kunden lächzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit Ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern Du bist verrückt Wie deine Schwester Sprechen sie nicht von ihr Sie kennen sie nicht Deine Schwester hat gern gespielt Tat als verachte sie mich Sie hat bekommen, was sie wollte Am Ende Meine Lizzie Was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und zerstöhnend Du solltest keine Fragen stellen Ihren Antworten du kennst Das ist nicht höflich Und das Geräusch Lissi, die sie im Schlag wünschen Oh, nein Arme Lizzie Und es gibt keine Zertauber Lass dein Überleben einen Sinn haben Sonst sind wir alle verloren Gut, können wir jetzt endlich irgendwann wieder was kämpfen oder Geiles machen? Ich wurde jetzt übrigens schon zum zweiten Mal Alter, sieht das geil aus, ne? Voll unterbrochen Äh, mitten im Satz Und ich hab ein zweites Mal voll vergessen Was ist das denn? Ein zweites Mal voll vergessen Was, äh, äh, was ich sagen wollte Alter Ich geh grad voll ab Ähm Ja, geht bestimmt weiter mit Zwischendingern Nein Ja, wird mir aber zu Kämpfen Nur aneinandergereiht Das find ich aber ziemlich geil auch irgendwie Was, äh, äh, äh What the fuck What the fuck Okay Fall da drauf, Alice Gib ihm Der Sack kann nix Achso, das war das Ende Erinnert hart an Komm, bam Geh mal dir Mich erinnert's grad hart an Zelda Aua Ah Nein, 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 nein Okay Geht mit der Hand ab Baller dich weg Bam 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 Uiuiui, ausweichen Ist weg Auch Achja Ja, könnte ich Scheint mir grad irgendwie zu easy zu sein Weiß ich nicht Für mich grad irgendwie kein so'n Krassen Schwierigkeitsgrad Aufzähien Alles drauf Alles drauf Leben Aber Leben Zieht er sich Sieht sich doch nicht. Warte, wir haben jetzt also einen Finger kaputt gemacht, okay. Achso, der will uns jetzt hier backsmashen. Ja, toll, weißt du? Da kann ich auch nicht viel machen. Ja, komm. Fernkampfskill. Willst du meine klatschen? Nee, nee, Mädchen schlägt man nicht. Mädchen schlägt man nicht. Find ich gar nicht geil. Hart, ungeil. Hart, hart, ungeil. Oh. Mit dem... Dener machen wir jetzt. Komm schon. Was halt geil ist, ne? Ich weiß nicht, ob es der Endboss ist. Jetzt immer solche neuen Attacken. Ich weiß nicht, dass ich den da hier hier weggesmashed habe. Na, ich könnte hinlaufen. Aufklatschen. Triff, 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 triff. Weck hier, weck hier, weck hier, weck hier, weck hier, weck hier, weck hier. Nicht gut, ich gut, ich gut, ich gut, ich gut. Ja, 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 weg hier, weck hier, weck hier, weck hier. Weck hier, weck hier, weck hier, weck hier, weck hier. In die Richtung. Ja. Alter, ich will mir nicht vorstellen, wie das wird, wenn ich das im... im Albtraum-Modus zocken muss, ne? Was heißt, muss? Werde. Was ist das denn für Dinge in der Mitte? Jetzt brauchen wieder Viecher, ne? Ich vertraue dem Ding halt null, ne? Verständlich. Oh, 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 Zähne, 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 Zähne. Wisst ihr, wie stehen Hardcore auf Zähne? Sieht nischt, sieht nischt. Jetzt ist die Hand weiß. Jetzt können wir draufballern. Gib ihm, gib ihm. Ja, das hat gesessen. Das hat gesessen. Oh, die Tarnhand. Du hast eine Hand weniger. Oh, das ist ja scheiße, wa? Ich habe das Gefühl, ich hätte es nicht sagen sollen. Das ist jetzt, äh, weniger geil. Das ist jetzt echt weniger geil. Sieht einfach abballern, oder wie? Ne. Will die mich kitzeln? Scheiße. Geh raus, Alice, komm! Warte. Okay, ja. Hallo, anwesend. Hartungeil. Hartungeil. Noch dazu, weil wir die Viecher über alles hassen. Die kommen nicht mit denen klar. Die kommen so nicht auf die klar. Ist ja alles, aber nicht die. Nicht die. Einfach nur nicht die. Alter, ich muss es sagen. Mann, 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 Mann. Mit dem. Schilly, 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 schilly. Oh, oh, oh. Oh! Weh. Weh. Auf damit. Was ich dafür erst festhalten muss. Ist schon komisch. Oh, Winnie ist aus dem Gang. Der wartet ja eigentlich drauf. Was damit. Wow, wow, wow. Was geht ab? Was geht ab? Ballert gar nicht. Ballert gar nicht.